Also mir hat die DVD super gut gefallen. Zum einen dieses Kompakte, also dass eben wirklich alles, was man sich als Lehrer so vorstellt, was mit Medien zu tun hat, da eben zusammengeführt ist. Und dann natürlich auch diese Vielfalt an Möglichkeiten, also dieses Methodenreportoir, dass man eben zum einen wirklich diese reine Erarbeitung hat mit den Definitionen, Beispielen dazu und dann eben das, was wir auch gemacht haben, eben mit Videos, mit Experten unterlegt, mit Spielen, so dass es eben für die Schüler aufgelockert ist und aber eben die fachliche Inhalte zu den jeweiligen Medien eben da kompakt sind, ohne dass ich eine große Vorbereitungszeit dafür brauchte.